so ein wunsch war auch night of power plus spiel ich auch ziemlich gerne zwischendurch probieren wir es auch hier mal wieder mit 2020 und schau mal was er macht das habe ich gar nicht gesehen kommen hier auch skatter oder kommt hier nur bei skatter gut nicht dass ich das wie eben übersehe 2 euro kann mir noch nicht ein katapult bis jetzt hier ist das denn ich glaube die katapulte haben heute ihren nationalen feiertag das fest der großen katapulte oder sowas die sind jetzt alle da zu dem fest und keins ist mehr hier alle abgehauen gibt es doch nicht hier nicht ein katapult na bitte geht doch na immerhin hätte auch schlimmer laufen können und auf wenn er ist das ist richtig spendabel heute das ist ja Und auch ein neines. Tja, also die Chips waren auch sehr ernüchternd. Nicht mehr in Yau spielen, bitte. Ich kreate noch mal ein bisschen der Ratatier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Schauen wir mal, was er macht. Schauen wir mal, was er macht. Und? Jawoll, komm strafen wir das mal. Boah, ich dachte ich versuche es mal zu riskieren. Wurde bestraft, auch ein neues. Ich nehme es an Leute. Jo, hat mich mal wieder ein wenig gerettet. Das Spiel läuft bei mir einfach. Ich habe nur richtig guten Erfolg mit dem Spiel. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Probiert es mal aus. Bis dann.